Hallo, ich bin der Michael aus der BILDERPLUS Filiale Amts Felden. Wir haben vor rund zwei Monaten die Möglichkeit Power in Sol zu testen im Rahmen von Betriebsrad. Und ich muss sagen, es war eine super Entscheidung. Die Kreuzschmerzen haben aufgehört, nach einem langen Arbeitstag haben weder Knie noch Füße wehgetan und der Brotdruck hat sich wirklich gut stabilisiert bei mir. Es ist der Einbau ziemlich leicht, man hat nämlich so Pflaster, die klebt man in Schuhe rein. Man kann sie ohne Probleme rausnehmen und in jeden anderen beliebigen Schuh zu Hause wieder reingeben.